Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Update auf meinem Kanal. Heute aus dem Windpark Fürstenau. Ja, ich stehe jetzt hier beim allerersten Bögelturm und wie man sieht, der Großkran wird schon zusammengebaut. Also die machen hier jetzt richtig Tempo. Hammer, also sind noch keine Teile da. Ich denke mal, die werden jetzt nächste Woche kommen. Aber das ist doch schon mal Hammer. Also da tut sich auf jeden Fall was. Wunderbar. Ja, falls die Tonqualität heute nicht so gut ist, ich habe mein Mikrofon heute nicht dabei. Ich wollte das hier euch nur mal kurz zeigen. Ja, und der zweite Bögelturm ist mittlerweile auch fertig. Da wird jetzt auch der Kranz auseinandergebaut, der Kleine für den Bögelturm. Der geht jetzt dann hinten zur dritten. Ja, also zwei Türme sind fertig. Der dritte ist jetzt demnächst im Aufbau. Die Fundamente sind alle gegossen. Also, jetzt geht es hier demnächst richtig rund. Hammer.